Legen Sie vor der Desinfektion Ringe, Uhren, Armbänder und anderen Handschmuck ab. Benetzen Sie Ihre trockenen Hände mit ausreichend Desinfektionsmittel. Halten Sie dazu eine Hand unter den Spender und betätigen Sie ihn zwei bis drei Mal für etwa drei Milliliter Flüssigkeit. Nutzen Sie dafür den Ellenbogen und nicht die andere Hand. Legen Sie die Handflächen aufeinander und verteilen Sie das Desinfektionsmittel auf den Innenflächen. Umfassen Sie Ihre Handgelenke und reiben sie mit kreisenden Bewegungen ein. Sprechen Sie mit der rechten Hand über den Handrücken, der linken und umgekehrt. Spreißen Sie dabei die Finger. So desinfizieren Sie auch die Räume zwischen den Fingern. Legen Sie die Handflächen aufeinander und verreiben Sie das Desinfektionsmittel. Achten Sie wieder darauf, auch die Räume zwischen den Fingern zu benetzen. Reiben Sie die Außenseite der Finger auf der Handfläche der anderen Hand und verschränken Sie dabei die Hände. Umschließen Sie dann einen Daumen mit der anderen Hand und reiben ihn ein. Desinfizieren Sie dann den Daumen der anderen Hand auf die gleiche Weise. Reiben Sie abschließend jeweils die Fingerkuppen in die Handfläche der anderen Hand. Reiben Sie dann die Handflächen. Vielen Dank.